Heyho und Willkommen zu Layers of Fear. Ein schönes kleines Psycho-Horror-Spiel. Ich hoffe es gefällt euch so wie mir. Wenn ja, lasst einen Abonnenten like da. Ah, ist schon ein bisschen gestört, die gute Familie. Dieses Bild hat noch nie was Gutes gewesen. Hier finde ich schon mal keine Zeichnung, nur diese Sammlung. Oh, doch. Mhm. Warte. Ok. Mhm. 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 Brauche ich noch mehr für. Na, die Striche dazwischen sind auch richtig. Okay, kann ich die Positionierung ausmachen? Ich war noch nicht oben. Ein weiteres Böden. Oh, ich weiß nicht, dass ich das da bin. Ich kann dich da hören. Bitte, bitte, helpt mich. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann es nicht mehr nehmen. Ja. Danke. Danke. Es ist so gut zu fühlen, dass es noch... ...Beauty... ...in dieser Welt gibt. Das sind schon schräge... ...Backflays. ... 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 Vielen Dank. Okay. Vierheck, Kreis, Herz. Vierheck, Kreis, Dreieck. Stern, Dreieck, Kreis, X. Stern, Dreieck, Kreis, X. That's actually not bad. Look at you, young lady. It looks like talent runs in the family. Tja. So is he right. He is talented. He is one of the two. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Ja. Interessant. Ja. Wow. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020